Also, was brauche ich? Also, was brauche ich? Also, was brauche ich? 2 Kilo Reis, 200 Gramm Joghurt, 1 Liter Milch Kilogramm von der Reis 2 Kilo Reis, 200 Gramm Joghurt, 1 Liter Milch 1 Kilo Tomaten, 10 Zwiebeln 1 Kilo Tomaten, 10 Salat 1 Kilo Tomaten, 10 Zwiebeln 2 Orangen, 1 Pfund Hackfleisch 2 Orangen, 1 Pfund Hackfleisch 1 Kasten Wasser, Bier, Brot 1 Sonduk, 1 Der Kasten, Sonduk 2 El Juha, 1 Das Bier, 1 Kilo 1 Kasten Wasser, Bier, Brot, Kuchen und Äpfel 1 Kuchen und Äpfel 1 Kuchen und Äpfel 2 Kuchen und Äpfel 2 Kuchen für Läson 1 Kuchen Wasser und Bier kaufe ich im Supermarkt Wasser und Bier kaufe ich im Supermarkt Reis, Joghurt, Milch und das Hackfleisch auch Alles klar Reis, Joghurt, Milch und das Hackfleisch auch Alles klar Guten Tag, was möchten Sie? Guten Tag, ich hätte gerne ein Kilo Tomaten Guten Tag, ich hätte gerne ein Kilo Tomaten Ein Kilo Tomaten Ein Kilo Tomaten Haben Sie sonst noch einen Wunsch? Haben Sie sonst noch einen Wunsch? Ja, zwei Orangen Naam, Portugalatain Ja, zwei Orangen Sehr gerne Bikul Soror Sehr gerne Sonst noch etwas? Ein şey achar, sonst noch etwas? Sonst noch etwas? Und dann brauche ich noch zehn Zwiebeln Und das ist dann alles Und dann brauche ich noch zehn Zwiebeln Und das ist dann alles Das macht zusammen vier Euro drei Cent Das macht zusammen vier Euro drei Cent Ich habe es leider nicht passend Ich habe es leider nicht passend Haben Sie vielleicht drei Cent Häl عند حضرتك ربما ثلاثe Cent Haben Sie vielleicht drei Cent Ein Moment Lachze Ein Moment Ich habe nur fünf Cent Ich habe nur fünf Cent Ich habe nur fünf Cent Das ist auch gut Das ist auch gut Das ist auch gut Danke Danke So, und dann bekommen Sie 16 Euro und zwei Cent zurück So, und dann bekommen Sie 16 Euro und zwei Cent zurück Danke 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 und auf Wiedersehen Auf Wiedersehen Auf Wiedersehen Oh, Entschuldigung Oh, Mahdira Oh, Entschuldigung Das ist schon okay Das ist schon okay Das ist schon okay Das ist schon okay Hallo, bist du nicht? Merhaben Entschuldigung Ja, genau Naam, bitte Hallo Ähm, Daniel Elena Ich koche heute Abend Türkisch Ich koche heute Abend Türkisch Kochst du gern? Ja, und ich esse gerne Ja, und ich esse gerne Ja, und ich esse gerne Ich glaube, Essen ist mein Hobby Ich glaube, Essen ist mein Hobby Was isst du gerne? Was isst du gerne? Ich grille sehr gerne Gemüse, Fisch und Fleisch Und ich mag Kuchen Und ich mag Kuchen Aber ich backe nicht selbst Und du? Und du? Ich esse gern Chinesisch und Italienisch Ah Ich esse gern Chinesisch und Italienisch Ich esse gern Chinesisch und Italienisch Ah, kochst du oft selbst? Kochst du oft selbst? Ja, jeden Tag Ja, jeden Tag Ja, jeden Tag Ja, jeden Tag Vielleicht kochen wir mal zusammen? Vielleicht kochen wir mal zusammen? Vielleicht kochen wir mal zusammen? Hast du Lust? Hast du Lust? Ja Sehr gern Ja, sehr gern Ja, warte Ja, warte Ja, warte Hier Okay Zwei Kilo Reis 200 Gramm Nein Meine Handynummer Rekmuhatifi Meine Handynummer Rufst du mich an? Sofa tattasilina bi? Rufst du mich an? Ja, das mache ich Naam, sofa afalu hada Ja, das mache ich Bis bald, Daniel Ja, bis bald Arake laaheqan, Daniel Naam Arake laaheqan Arake laaheqan